herzlich willkommen meine damen und herren schön dass ihr eingeschaltet habt und heute ist ja wieder mal wieder was bisschen was anderes was am start bezeichnet oder mal was zu erfahren oder ist das wir wollen ja auch nicht so viel zu quatschen sondern heute gibt es ja wieder was hier dazu wir gehen auch wieder mal am anderen youtube am start und natürlich haben wir hier wieder was vorbereitet die alles herr verschiedene vorschläge und dies das ist ja klar und natürlich bevor es natürlich was ja los geht meine freunde wirklich los geht mit gang und gäbe sage ich noch ein paar kleine stichpunkten von mir heraus einfach ich werde vielleicht ja bald mal also also bald werde ich ja vielleicht ja wohl jemanden hier also bekommen oder kriegen kostlos vielleicht nehmen die weil er wohl irgendwie nicht braucht weil er hatte ja also maus und tastaturen und ja das ist ja halt so ne und deswegen könnte ich mal hier vielleicht ja mal einen tag mal bei ihm ja erst mal vorbeigehen oder vorbeischauen und mal vielleicht auch wenn er möchte wenn er nicht braucht einfach mir gehen so ist er einfach bei dem und auch natürlich übrigens die nächsten folge natürlich die neuen lp kommen natürlich die nächsten tagen auch jeden fall auch raus also auf jeden fall aus also das soll man auch nicht vergessen und ja wenn es noch was denn noch fragen gibt dann schreibt ja gerne in die kommentar 3 so dann schauen wir mal schön ganz freundlicherweise mal an und zwar an ein typ der wirklich hier wohl ja auf jeden fall mir ehren genommen hat auf jeden fall und der hier wirklich wirklich hier also sein ja so einen großen sachen da auf jeden fall mir geschickt hat also das ist wirklich wirklich ganz schön toll normalerweise schenkt ja fast keiner was aber sowas habe ich noch niemals erzählt wenn ihr es noch nicht gesehen habt unten im links in der beschreibung verlinkt so dann schauen wir mal einfach mal hier auf jeden fall bei ihnen vorbei und letzte go so und da sind meine freunde und zwar hier ist ja hier ist ja der youtuber ja lixix auf jeden fall meine freunde und zwar nicht sie es der hatte hier auf jeden fall über 2590 abonnenten wuhu sehr schön aber erstmal sehr schön kuskus geht hier auf jeden fall heraus natürlich an dich auf jeden fall wenn du mir auch mal bald daumen ist ja ich so weiter was sagst du hier dazu alter also auf jeden fall also ich freue mich auf jeden fall dass er auch so macht also auf jeden fall schenkt ja natürlich märz und was man auch alles macht also verlost und so wie ist das also das finde ich echt sehr sehr toll also auf jeden fall sehr sehr toll was er wirklich richtig gemacht hat also also der wird garantiert bestimmt noch weitermachen also bestimmt ja noch garantiert noch bald noch weitermachen wenn er noch hier sein zeugs noch in sein dingster naja also wir gucken mal wissen wir unser kanal informieren deswegen jetzt nur klappen würde ja jetzt kann einfach nix null gar nix ach du jeder zeit wo ist wo ist deine wo ist deine info okay das könnte man denn noch dazu noch trainieren so halten bin und so und mache auch nicht nur mehr aus der der wien und so die das aber okay es kann ja ich kann auch wenn manchmal auch nachvollziehen aber man kann auch trotzdem ja beschreiben ich habe hier den kanal natürlich mal vorzustellen schriftlich also ja so dann kommen wir mal hier statistiken bei ihnen also er hatte schon seit 30 11 2017 bei geringer da wird auch bestimmt auch fast drei jahre alt werden so wie mein kanal auch da habe ich auch erst ja wohl auch erst 2017 aber nicht bei 30 11 sondern hier bei ungefähr 24 25 10 so gewesen und das ist ja wirklich meine ordnung so jetzt kommen wir mal seinen kanäle kann er hat ja wohl nichts ok guck mal weiter ui die da läuft aber richtig mal nicht so groß ok ab jetzt auch mitglied zur verfügung sehr schön kann man schön erst sehr wohl wenn man ab 1000 abonnenten hat also unter 1000 nicht das echt näher sehr klasse also wirklich so dann kommen wir weiter plädis gar keine playlist sein kann da fängt er aber schon gut los aber videos hat er ja zahlreiche videos da könnt ihr mal gerne ruhig mal stoppen so sieht das ja auf jeden fall sein videos aus sogar auch noch aber wo ist gleich fallen aber und so hat sich das als gratis sachen von ihm einfach mehr gibt auch das ging kommt das preisgeld aber bestimmt beschäftigen der nur fort nein nur fort nein nichts anderes außer nur fort nein aber der kann auch was anderes mal was sei nicht nur in jungen fort nein jetzt gibt es vielleicht auch hier was anderes aber mal sehen ja also natürlich er wollte ich ja quasi eigentlich hier vor hier gucken ja mein klein bewerber dich alles klar einfach mal zur bewerbung der hat er auch schon vor zwei tagen ja weil ich trinken dann ist klar daher bestimmt vielleicht ein reaktion ja wohl gemacht aber oder auch nicht mal gucken so dann öffentlich mal hier den kurzen video der hier wohl genau eine minute läuft genau eine minute ja das ist kein witz genau eine minute ja so so leider haben auf der die hat er auch mal schon hier alles darunter geschrieben all der falle ich kann aber nicht wirklich alle ruhe stoppen was ist ja wirklich alles klar genau eine minute meiner so wie hat er auch mal schon hier alles darunter geschrieben weil man ja wenn ihr nicht so gelangen könnt dann kommt in den nächsten stream dort werde ich aus dem games klein bewerbung stream alles klar ich kann nicht youtube stream alles klar alles klar aber so groß ist er halt ja wohl nicht mehr so große überhaupt gar nicht irgendwie so dann schauen wir mal rein ich mach mal jetzt hier mal pause oder schon hier passiert auch gott alter na gut ist hier kein problem so dann gucken wir mal rein hier ich habe einen kleinen auf gemacht wie euch da bewerben könnt ihr im video viel Spaß haut rein was geht ab leute ich habe überlegten klar zu machen der aus sechs leuten bestehen wird also fünf leute können sich bewerben weil ich auch dabei bin ja und der clan wird aus zwei trios und drei duos bestehen wie wir das noch aufteilen werden wir noch irgendwie sehen und das einzige was ihr machen müsst ist eine bewerbung hochladen in dem titel schreiben bewerbung für elixir ist dann unter dieses video schreiben dass ihr euch beworben habt dann werde ich mir das anschauen vielleicht auch im stream darauf reagieren und dann mein feedback bei euch in kommentare schreiben und ja wie der clan heißen wird weiß ich noch nicht genau werde ich noch gucken und ich würde sagen bis zum nächsten mal haut rein alles klar man habe ich ja verstanden habe ich ja verstanden also so gut wie es geht gut verstanden auf jeden fall ja also jetzt war wirklich mal unterhaltsam muss man schon verstehen natürlich aber die frage wäre natürlich wo ist eine mocke in der tat guck mal irgendwie noch mal hier wohl auf jeden fall da quasi abspringen und dann hier wohl mit mocke machen das wird ja wirklich hier wirklich passend so sein also wirklich da jetzt ja wohl hier wirklich 2x9 zu sagen also nicht 2x9 zu sagen also auf jeden fall ja egal also einfach wieder zurück hier wo der hatte auch mal jetzt hier kleinen bewerbungen jetzt hast du gehen aber wir kommen auch mal kurz mal auch mal hier bei seinen leistern mal rein gucken doch so für ein paar minuten sollte er halt ja nicht stören und der strieb sogar über playstation also ziemlich auch was war auch viel mäßig aber oder fast wie wozu sagen aber manchmal weil da war da was geht ja jeder da geht schon los hier okay also der macht eine richtige kosten gegen zu dauern okay ja ja ein von sich mal und zweit ist bei naja gut weil wir wollen mal wissen haben wir kosten games code elixir ist unten so aber ich weiß dass wir haben wir sind die grafische größen so blöd wo es bis 720 fliege ist gut es geht ja noch aber bei mir was geht auf jeden fall an alle die im stream sind also man kann ja auch höchstens der Wissen der 2080 B und 60 FPS der Gewinner immer von der Runde aber eine richtig gute und ganz gute Internetart wer die Schreiber der Zürmer oder ja also ich werde einfach gucken ob ihr gut seid so aber gut, aber gut ah jetzt erquasselt ja hier die ganze Zeit mit hier Code, LCS also das ist ja hier dieser Cotton Match ne das ist dieser Cotton Match ja gut das weiß ich ja schon Bescheid aber schön dass er auch mal was was anderes zockt ja nicht nur immer nur RDW hier irgendwie ja was auszugehen sondern auch was hier was anderes ne ja ich spure mal ein bisschen weiter weil das ist ein bisschen langweilig für aber wenn ich stele bin ich nicht so gut weil ich die Zürmer von meinem Bild zum so gut ich bin aber auch mal der Bieter auch aber auch wenn sie noch haben und und kann auch als Moderator ein machen will ja und alles klar für den meisten Schäden bescheiden alle hier die er wir sind und jetzt werde ich nicht aussehen ich muss ja nicht gut sein aber der Fett ist schon eine kleine in den Fortschritt sehen aber ich hab mir vor und zu haben aber der Fortschritt ein wirklich auch mein Leben mit mir mein Glück und das ist eine große wenn er wirklich zahlreich Abonnenten hat dann soll man auch mal richtig auch hier auf dem bc arbeiten wirklich außer konsole weil was bringt denn hier will ich denn hier auf die konsole als wenn man jetzt ja mal hochstuft mit dem pc arbeitet das ist ja so typisch ja ja genau genau deswegen ja gut aber ich glaube der zog da auch es war gut aber stimmt ja das problem dahinter ist ja auf jeden fall dass da halt dementsprechend ja dass so viele leute auch ihr stream snipen könnten weil die schauen jetzt bei mir sein stream server ein und und sehen dass er wohnt er ist und deswegen weil das ist ja absolut daher wo es mit bananen und das büscher bilder das jawohl ganze gar nicht ganz bestimmt aber gut wir wollen auch nicht jetzt anders durchziehen das war ja wohl richtig guter kampf das war aber richtig guter kampf ich finde dass er jetzt ja wohl hier der gegner wohl hochgelaufen und zugebracht hat das schafft er noch wo ist ja oh der fischstecke komm jawohl was rein aber jetzt haben wir auch mal hier eines tages mal richtig 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 ging aber wirklich spielen richtig gegen die treuheit bis dem sowieso aber bestimmt gegen die treuheit wird das wollen ja bestimmterweise nicht klappen dann meyers fazit natürlich so gut zuletzt natürlich also bei ihnen läuft aber richtig ganz gut angemessen auf jeden fall und er hat auch geschützt sogar über 700 aufrufe was geht also wirklich das wird sie dich auch mal hier nicht was sie monat aufrufe oder oder ich hätte so gerade bei einem weiß eben gerne wohl 1000 aufrufe rekord aufstellen vielleicht wird das ja wohl irgendwann klappen wer weiß das wäre auch aber ganz so natürlich hier finde ich jetzt war seine videos ja richtig ganz schön toll was der macht auf jeden fall plus von mir sollte das punkt ist ja hier dass du auch hier quasi auch sammels also einiges sammels hier reingemacht hat das finde ich ganz gut sehr schön wunderbar und ich kann noch so sagen könnte ja also der könnte zwar noch quasi noch hier dem entsprechen noch hier musik also nach kobe musik als also also für als gaming da quasi ist kein muss also es ist kein muss aber es läuft auf jeden fall bei ihnen auf jeden fall komplett auf jeden fall was anderes gibt es aber leider wohl gar nicht also dass das muss ich mal zu sehen dass das also so wäre aber deswegen ja also auf jeden fall finde ich hier ganz gut seinen kanal die ausschaltung richtig ganz ganz gut also ist es halt nicht mehr wieso sagen auf jeden fall nicht das aller allerbeste sogar hatte auch noch hier immer achtung rdw scam was meint er mit scam so 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 ja ja verstehe ich dir gut ich bin zwar ja wohl hier ist immer hier wieder also das thema wurde jetzt kennt er wieder an der pack mal machen wenn ich ja los und laune so hätte aber wenn ich irgendwann ja wohl hier was passendes sehe dann oder was auf jeden fall auf jeden fall auf jeden fall muss man sagen seine videos richtig richtig top auf jeden fall dafür und natürlich freut er mich auf jeden fall ganz ganz groß auf jeden fall happy end sogar frage auch so wo ist dein musik nicht mal voll in den 80er hitze oder was steuer ist oder so und er gesagt hat er ist das ja auch mal dazu aber gut gut kann man sicherlich hier mal übernehmen das ist ja so typisch so dann sage ich ja mal das war es ja meine damen herren und freunde da draußen das gene ein like und ein abo da sowie auch unter anderem auch die kanälen unten steht auch in den video beschreibung sowie auch hier das video auch ich könnte zwar auch quasi als kleine ausschritte zu bezeichnen aber im grunde im voll und hier ist auch lieber zu reichen lieber mal dass das das ist wirklich wirklich klar auf jeden fall klar das ist auf jeden fall passen auf jeden fall netz gut dann ja dann sage ich euch mal ja tschüss auf wiedersehen und wir hören uns dann mal die nächste tage weiter holen und ja bleibt auf jeden fall gesund unter umständen könnte auch mal zunote auch immer gerne auch mal die hände waschen vor corona zu schützen ist klar sogar auch weniger nach irgendwo geht natürlich auch mal aber und so mal auch gerne mal mundschutzmaske meistens wenn man wenn man ja auch einkaufen ist auch ja wichtig und nicht das so dann will ich auch nicht so lange quatschen und dann werde ich ja sagen dann sage ich einfach mal tschüssikowski bis nächstes mal und dann mal tschüssikowski ey kollege kannst du noch ein bisschen hiphop spielen na bis zum nächsten mal tschüssikowski